Ich werde richtig oft gefragt, was denn die perfekte Ernährungsweise für den Muskelaufbau ist. Die Antwort halte ich auch schon in meinen Händen. Ich würde euch immer empfehlen, Fit & Tasty zu holen. Es ist wirklich eine Investition in sich selbst. Ihr habt da wie gesagt zum einen natürlich 80 richtig geile Fitnessrezepte drinnen. Ihr habt ein Ernährungssystem drinnen. Ihr bekommt es da erklärt, wie ihr eure Ernährung individuell an euch anpassen könnt. Wie ihr euren Kalorienbedarf richtig bestimmt. Also jetzt nicht mit einem Kalorienrechner, sondern wie ihr das wirklich nach einem Prozess für euch selbst ermittelt. Und ich freue mich euch über das positive Feedback, das immer retour kommt von euch. Ich kann euch nur sagen, ich arbeite selbst mit dem Buch. Ihr seht das glaube ich tagtäglich in meiner Stories, wenn ich irgendwelche Speisen daraus poste. Jedenfalls eine Empfehlung wert.